Missbraucht vom Kaplan, ein Opfer klagt an. Ausländer in Österreich zwischen Stimmungsmache und Realität. Beinahe Kaiser, Karl Habsburg im Gespräch. Guten Abend, herzlich willkommen bei Thema. Flüchtlinge und Migranten. Ein Thema, das das Land spaltet und für heftige Diskussionen sorgt. Wenn Politiker härtere Maßnahmen gegenüber Asylwerbern fordern oder wie gerade die FPÖ-Döbling, dass man Muslime nicht mehr mit Gemeindewohnungen versorgen soll, so ist ihnen die Aufmerksamkeit gewiss, auch wenn ihnen die Gegenseite Rassismus und das bewusste Schüren von Ängsten vorwirft. In Vorarlberg gehen die Menschen für einen humaneren Umgang mit gut integrierten Asylwerbern auf die Straße. Eva Kordesch und Katharina Krutisch mit einem Stimmungsbild. Sonntagnachmittag in Bregenz. Mehrere hundert Menschen versammeln sich zu einer Demonstration für mehr Menschlichkeit in der Asylpolitik. Seit Ende Oktober gibt es diese Kundgebungen in mehreren Orten in Vorarlberg. Ich habe endlich das Gefühl, dass Österreich wieder oder vor allem Vorarlberg einen anderen Strang zieht. Und eine Zeit lang habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wir fast allein sind und dass alle nur gegen diese Asylsachen sind. Man muss sich sichtbar machen, sonst glauben alle, es ist eh alles in Ordnung. Ein geregelter Zugzug ist logisch, leuchtet jeder mich, aber die Menschlichkeit geht mir ab. Der Auslöser für diese regelmäßigen Demonstrationen sind zwei heftig diskutierte Abschiebungsfälle. Zum einen geht es um eine gut integrierte armenisch-iranische Familie. Azad P. wird Ende Oktober wegen der geplanten Abschiebung mit seinem dreijährigen Sohn von seiner schwangeren Frau getrennt und in Schubhaft genommen. Seine Frau erleidet daraufhin einen Kollaps. Dieses Vorgehen stößt auf massive Kritik. Die Familie wird daraufhin wieder zusammengeführt. Der Asylbescheid bleibt weiterhin negativ. Darüber möchte ich nicht viel reden, weil es ist natürlich ein großer Stress für die Familie geworden. Aber Gott sei Dank ist es gelungen. Mir selber habe ich keine Klagen oder so. Ich hoffe nur auf das Gute und hoffe für das Gute für unsere Familie und hoffe, dass die Situation gelöst wird. Zum anderen geht es um Kamar Abbas, hier auf Archivaufnahmen zu sehen. Der Pakistani wird trotz seiner Stelle als Gastronomie-Lehrling in Lustenau im Oktober abgeschoben. Und zwar ohne Bescheid, wie wir von seinem Rechtsanwalt erfahren. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Pakistan wird er verhaftet. Auch wenn er mittlerweile wieder frei ist, macht sich sein ehemaliger Chef Marcel Lerch Sorgen. Es ist nach wie vor eine sehr komische Zeit, sage ich einmal, oder sehr schwierig, das zu verarbeiten, weil er doch sozusagen zu unserer Familie gehört hat. Wir haben ihn super aufgenommen. Also er ist wirklich beliebt bei Gästen, bei den Mitarbeitern und so weiter. Und es geht einfach um ein Menschenleben. Und er hat sich wirklich integriert. Ich habe ihm öfters gesagt, Kamar, bemühe dich, das ist deine nächste Chance, das ist ein neues Leben für dich. Du hast die Möglichkeit, hier etwas Neues aufzubauen. Und dem war jetzt nun leider nicht so. Marcel Lerch hält Kontakt mit seinem ehemaligen Lehrling. Als Kamar endlich aus dem Gefängnis gekommen ist, hat er sich gleich bei Marcel Lerch gemeldet. Er hat mir etwas erzählt aus seiner Haft. Das war wirklich eine schlimme Zeit mit 30 bis 14 Insassen pro Zelle, mit drei Toiletten, davon ein Keil verstopft. Miserables Essen oder kaum essen, jeden Tag harte Arbeit und Verhöre, Verhöre, Verhöre. Das Thema Migration ist für viele Menschen in Österreich ein Reizthema. Vergangene Woche forderte die FPÖ in Wien-Döbling, dass künftig keine Gemeindewohnungen mehr an Muslime vergeben werden sollen. Wir gehen in den Karl-Marx-Hof, einen der bekanntesten Gemeindebauten Österreichs, und fragen die Bewohner nach der Stimmung. Gibt es Probleme mit Migranten? Nein, Probleme. Wir haben hier einen kleinen Balkan in irgendeiner Art und Weise. Gehen Sie mal am Abend durch, schauen Sie sich das an. Ist das unangenehm? Ja. Wenn Sie kein deutsches Wort mehr erinnern, hören Sie dann schon. Die FPÖ-Döbling fordert, dass Muslime aus dem Gemeindebauten ausgeschlossen werden sollen. Was sagen Sie dazu? Die Spinnen. So etwas kann man nicht fordern. Es schaut schon traurig aus, wenn die so etwas sagen. Weil wir alle halt Menschen sind. Und weil wir alle auch zahlen die Miete. Wir arbeiten ja dafür. Wenn Sie arbeiten können oder die Muslime, ja, okay. Aber wenn Sie radikale sind, dann nein. Dann gehören Sie da auch schon, ganz einfach. Es gibt Kreaturen, die was Österreicher sind, und es gibt Kreaturen, die was Ausländer sind. Ja. Und wenn der leibend zu mir ist, bin ich zu ihm auch leibend. Bei mir gibt's keine Probleme. In der Straßenbahn gibt's Probleme. Weil da telefonieren sie so laut, da glauben sie, es ist einer Laufarbeit. Flüchtlinge, Asylwerber, Migranten. In Österreich scheint die Bevölkerung derzeit kein Thema so sehr zu bewegen, wie das der Ausländer. Auf der einen Seite wird für mehr Menschlichkeit im Umgang mit Asylwerbern demonstriert, auf der anderen Seite wird im Netz negative Stimmung verbreitet. Wie groß ist das Problem mit der Integration? Dient das Ausländerthema als politisches Instrument? Immer öfter warnen Stimmen vor einer Spaltung der Gesellschaft in Österreich. Was wir momentan haben, ist, dass wir spüren, dass es eine sehr stark und relativ rasch wachsende Spannung in unserer Gesellschaft gibt. Und es könnte, also diese Spannung hat tatsächlich das Potenzial, dass es zu einer Spaltung kommen könnte. Wird das Thema Migration immer größer? In diesem Jahr hat es in Österreich bis Ende September rund 10.400 Asylanträge gegeben. Das ist die niedrigste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar der ÖVP und heute Präsident des Forum Alpbach, sieht den Umgang mit dem Thema Migration kritisch. In Wirklichkeit haben mittlerweile die Leute viel mehr Angst, zum Beispiel vor den Folgen des Klimawandels, gerade nach dem heurigen Sommer. Und ich glaube, dass auch mit der Zeit die Leute viel, viel mehr Angst haben werden, ist ihre Pension noch gesichert. Oder wie ist das, wenn sie krank werden, weil eben der Anteil der älteren Bevölkerung immer größer wird. Also da entstehen Ängste, aber da haben diese Leute keine Antwort drauf. Also daher pflegen sie tunlichst jenes Feld, wo sie eine Antwort haben und das ist zur Zeit eben die Migration. Keine Woche vergeht ohne Schlagzeilen zum Thema Ausländer und Flüchtlinge. Oft geht es um Kriminalität und Sozialmissbrauch. Es sind diese emotionalen Inhalte, die sich besonders schnell in den sozialen Netzwerken verbreiten. Erfolgsgeschichten sind seltener. Ali Eralb lebt seit mehr als 30 Jahren in Wien. Er ist von Istanbul nach Wien gekommen, um hier Wirtschaft zu studieren. Heute ist er im Vorstand einer Finanzberatungsfirma im Ersten Bezirk und engagiert sich für soziale Projekte und Integration. Solche Sachen verletzen auch natürlich. Ich habe den Vornamen Ali, aber ich habe in diesem Land alle Möglichkeiten auch bekommen. Also ich kenne die andere Seite auch und ich bin auch dankbar, dass ich hier einiges schaffen konnte. Aber das verletzt, weil andere Beispiele nicht gezeigt werden, sondern vielmehr diese negativen. Und das ist eben, wir sind in einer Gesellschaft gerade, dass wer spielt vielmehr eine wichtige Rolle, anstatt warum und was. Genau das verstehen viele Menschen in Vorarlberg nicht. Sie sind der Meinung, dass sowohl Azad P. als auch der Lehrling Kamar Abbas hier etwas geleistet haben und sich gut integriert haben. Dass in diesen beiden Fällen nicht das humanitäre Bleiberecht ausgesprochen wird, ist für den zuständigen Bregenzer Anwalt Wilfried W. unverständlich. Es gibt Flüchtlinge, die nach Vorarlberg kommen, die haben keinen Zusammenhalt. Aber um die tut es mir auch nicht leid. Aus meiner Sicht werden genau die Falschen abgeschoben. Es werden genau die abgeschoben, die am besten integriert werden und die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben in Österreich hätten. Genau die werden abgeschoben. Das ist genau unsere Kritik. Azad P. ist mit seiner Frau vor fünf Jahren nach Österreich gekommen. Beide haben in ihrer Heimatwirtschaft studiert. Sohn Anri, drei Jahre alt, ist bereits hier geboren. Das zweite Kind ist unterwegs. Seine schwangere Frau will aufgrund der Belastungen nicht ins Fernsehen. Wir wollen ein großes Dankeschön sagen an alle, die uns kennen und uns unterstützt haben. Und bisher, wir haben viele Freunde, die uns immer fragen, womit kann man helfen oder so weiter. Es gibt ein großes Unterstützer-Team, das uns immer geholfen hat. Und wir möchten natürlich auch hier bleiben dürfen. Nicht alle Asylwerber haben den Willen oder die Chance, sich so zu integrieren wie Kammer Abbas oder die Familie von Azad P. Nicht alle finden so viele freiwillige Helfer. Der Staat ist gefordert, meint Franz Fischler. Bei der Integration, da gibt es also einzelne Dinge, die einfach gemacht werden müssen und auch verbessert werden müssen. Das ist die Frage, wie bekommen die Leute Sprachkompetenz. Das ist die Frage der Schule. Das ist die Frage des Wohnens. Das ist die Frage eines Arbeitsplatzes und einer Ausbildung. Wenn man hier investiert, dann, glaube ich, wird auch die Einstellung gegenüber Migranten wieder eine andere werden. Klara D. hat ihre Kindheit und Jugend in einem katholischen Schwesternheim in Hollerbrunn verbracht. Mit 16 ist sie dort schwanger geworden, vom Vertrauenskaplan der Mädchen. Er habe sie geschlagen und zum Sex gezwungen, erzählt die heute 41-Jährige. Und mit Wissen der Kirche habe man sie gezwungen, ihre Zwillinge zur Adoption freizugeben. Nun, 25 Jahre später geht sie vor Gericht und an die Öffentlichkeit. Der Priester, der sie missbraucht haben soll, war bis vor kurzem im Dienst, berichten Christoph Benders und Martin Steiner. Das ehemalige katholische Schwesternheim in Hollerbrunn, Niederösterreich. Hierher ist Klara D. gekommen, als sie 13 war. Hier hat sie gelebt, als sie Zwillinge erwartete. Der Vater, Wladimir H., ein geistlicher, Vertrauenskaplan für die Mädchen. Kennengelernt hat ihn Klara mit 16. Sie ging bei ihm zur Beichte. Dann hat er gesagt, das werden dir deine Sünden nicht vergeben. Und ich habe gesagt, warum? Er hat gesagt, du musst mir vorher einen blasen. Und bevor ich noch irgendwas sagen konnte, hat er sich schon freigemacht. Und hat meinen Kopf schon runtergedrückt. Also ich musste ihm da in diesem Zimmer quasi, was nicht eigentlich kein richtiger Beistuhl war, befriedigen. Klara kommt ursprünglich aus Bulgarien. Dort wurde sie von ihrem Stiefvater missbraucht. Als er dafür angezeigt wird, flieht die Familie nach Österreich. Klaras Mutter gibt dem Mädchen die Schuld daran. In Österreich gibt sie die Tochter für Geld an einen älteren Mann, angeblich als Haushaltshilfe. Auch dieser Mann beutet das Mädchen sexuell aus. Das Jugendamt erfährt von dem Missbrauch, wie Dokumente belegen. Klara kommt in das katholische Mädchenheim. Ich habe gedacht, ich bin im Paradies, weil ich musste nichts dafür tun, damit ich Kleidung bekomme und Essen bekomme, damit ich beschützt bin. Also das war schon ein großer Segen. Was ist dann passiert? Die Schwester Gabriele hat mich dazumals betreut in meiner Gruppe und sie jedes Mal, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder kapiert habe, hat sie zugeschlagen. Auch Paula Neulinger hat ihre Kindheit im katholischen Schwesternheim Hollerbrunn verbracht. Genau wie Klara D. wurde auch sie schon als Kind vom Vater missbraucht und von der Mutter an Männer verkauft. Auch ihr haben die Schwestern nicht die Seelsorge bieten können, die sie damals gebraucht hätte. Mich hat es einmal bei den Haaren so geschüttelt und gewatscht, dass ich in die Galle gebrochen habe. Und ich habe es halt in die Hand gebrochen und sie hat gesagt, das schluckst du runter. Was bleibt dann einem übrig? Die ungelebte Sexualität drückt sich sehr in Gewalt und Aggressivität aus. Paula Neulinger hat Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, was ihr die Eltern angetan haben. Mit acht Jahren ist sie ins Heim gekommen. Weder die Schwestern noch die Behörden haben das schwer missbrauchte Kind verstanden. Ein Gutachten bescheinigte der Achtjährigen sogar eine besondere sexuelle Erlebnisbereitschaft. Man merkt, dass das von einem Mann geschrieben ist. Weil man muss als Mann schon sehr obartig denken, dass man annimmt, dass ein achtjähriges Mädchen sexuell verwahrlost ist. Wenn man weiß, dass das Kind missbraucht worden ist. Die Polizei hat es gewusst, die anderen haben es alle nicht wissen wollen. Es steht sogar in der Akte drin, dass die Polizei das annimmt. Aber die anderen wollten es offensichtlich nicht wahrhaben. Die meisten Kinder, die im katholischen Heim waren, seien bereits davor Opfer von Missbrauch geworden, meint die heute 63-Jährige. Die Schwestern hätten den traumatisierten Kindern nicht helfen können. Im Gegenteil. Dieses Gefühl, diese Hilflosigkeit, diese Machtlosigkeit, dieses Scham-Schuld-Gefühl, was mit dem sexuellen Bereich sehr zusammenhängt. Die haben einen immer reduziert. Die haben einem nicht rausgeholt aus dem Ganzen. Die haben noch fest nachgeschaufelt. Weil wir sind dort nur schuldig erklärt worden für das, was alles passiert ist. Wir sind immer für schuldig erklärt worden. Das ist ganz sicher nichts für traumatisierte Kinder. Auch Klara war ein traumatisiertes Kind. Und Kaplan-Bladimir H. hätte das ausgenützt, erzählt sie. Sie war damals erst 16, er 34. Unser eigentlicher Treffpunkt, was er mir dann genannt hat, war der Friedhof quasi hier. Und am Friedhof hat er mich dann abgeholt mit seinem weißen Ford, was er dazu was gehabt hat. Ja, und dann ist er mit mir im Auto eben in irgendwelchen Feldern oder sonst irgendwo hingefahren. Und es war so, dass er, wenn er mit mir im Auto schlafen wollte, sehr oft vorher geschlagen hat, weil ich mich dagegen gewehrt habe. Das ist ziemlich lang gegangen so, bis ich festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Schwanger mit Zwillingen. Der Kaplan soll ihr befohlen haben, niemanden davon zu erzählen und sich weiterhin mit ihm zu treffen. Er hat gesagt, ich darf auf keinen Fall sagen, dass er der Vater ist. Er hat mich auch bedroht. Und ich habe es auch nicht gesagt, bis die Schwester Gabriele mich dann so zusammengeschlagen hat, dass ich es doch gesagt habe. Als öffentlich wird, dass der Kaplan der Vater ist, vereinbart die Direktorin Schwester Monika ein Treffen mit Kardinal Schönborn. Der Kardinal ist damals in seinem ersten Dienst ja als oberster Geistlicher Österreichs. Er hat so mit dir geredet, dann hat er sich so zu mir umgedreht und hat gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn verführt hat. Und ich habe gesagt, ich habe ihn gar nicht verführt. Du weißt gar nicht, was er mit mir gemacht hat. Dann bin ich wütend geworden und er ist auch wütend geworden. Er hat dann gesagt, zu Schwester Monika quasi, man müsste ja die Kinder wegnehmen. Und ich habe dann gesagt, was du befiehlst, dass meine Kinder mir weggenommen werden sollen. Was für ein Arschloch bist du eigentlich? Michael Pröller ist Pressesprecher von Kardinal Schönborn. Er bestätigt, dass es damals ein Gespräch gegeben hat. Von Missbrauch sei aber keine Rede gewesen. Clara selbst hätte gesagt, dass es sich um eine Liebesbeziehung handelte. Es stimme auch nicht, dass der Kardinal einen Kindesentzug veranlasst hätte. Der Vorwurf ist uns bekannt und den müssen wir ganz klar zurückweisen. Es liegt weder in der Absicht der Kirche noch des Kardinals noch in unseren Möglichkeiten zu bestimmen, wer Kinder behält. Da muss es sich um Erinnerungslücken oder eine andere Wahrnehmung handeln. Die Kinder jemandem wegzunehmen, war sicher nie die Absicht der Erzdiözese oder vom Kardinal. Fakt ist, dass Clara ihre Kinder kurz nach der Geburt zur Adoption freigibt. Die Begründung, alle hätten ihr gesagt, sie können nicht für die Kinder sorgen, auch das Jugendamt. Sie habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, sagt sie heute. Der Kaplan stand zu seiner Vaterschaft, aber nicht zu den Kindern. Mit seinen Worten, ich bin physisch der Vater und psychisch nicht. Und er hat auch zu der Adoption sofort eingewilligt. Also die haben sich alle besprochen miteinander. Die Schwestern, der Schönborn, der Kaplan. Die Kirche weist die Kritik zurück. Der Kardinal sei immer bemüht, eine gute Lösung für alle Seiten zu finden und nicht Beziehungen zu trennen. Im Gegenteil, es ist dem Kardinal immer ganz wichtig, dass sich dieser Vater auch zu den Kindern bekennt, dass die Kinder wissen, wer ihr Vater ist, dass sie sozusagen ein möglichst intaktes Familienleben haben, auch wenn der Vater sich entschließt, die Beziehung zu beenden und Priester bleiben zu wollen. Es kommt ja leider alle paar Jahre vor, dass ein Priester trotz Zölibatsverpflichtung Vater wird. Dass auch Priester Väter werden, ist für Martha und Gerd Heitzer aus Tirol nicht das Problem. Im Gegenteil. Die beiden haben im Jahr 1991 ein Kirchenvolksbegehren gestartet, um ein Zeichen gegen den Pflichtzölibat und die generelle Sexualfeindlichkeit der katholischen Kirche zu setzen. Der Papst sagt, dass die Sexualität ein Gottesgeschenk ist. Und das ist, am Himmels Willen, er hat uns geschaffen mit Sexualität. Ich verstehe die Kirchenväter nicht, die Theologen nicht, der damaligen Zeit und der Heute, die die Sexualität oder die Frauen verdammen. Das ist eine Gotteslästerung. Herr und Frau Heitzer sind studierte Theologen und bezeichnen sich selbst als erzkatholisch. Dennoch wurden sie vor sechs Jahren von der Kirche exkommuniziert, weil sie eine Messe ohne Priester abgehalten haben. Die Inszenierung des Priesteramtes sehen sie überhaupt als Kardinalfehler der katholischen Kirche. Wenn sie diese kirchliche Theologie ernst nehmen, die immer noch besagt, dass man mit der Priesterweihe zu einem anderen Wesen wird, dass man quasi Christusgleich wird, dass man dann, da stehen sie dann am Altar in persona Christi und dann vernaschen einige von ihnen die Ministranten. Also das hat sich einfach aufgehört, das glaubt ihnen niemand mehr, dass sie Stellvertreter Christi oder in persona Christi sind. Das ist zerbröselt, das ist nicht mehr da. Dass die Machtstruktur der Kirche Missbrauch begünstigt, deutet auch eine Studie an, die die Deutsche Bischofskonferenz selbst herausgegeben hat. In den letzten 70 Jahren wurden in Deutschland 3677 Kinder aktenkundig Opfer von sexuellem Missbrauch. Die tatsächliche Zahl liegt aber weit darüber, wie die Studienatoren selbst betonen. Denn viele Aufzeichnungen seien manipuliert, vernichtet oder gar nie freigegeben worden. Ich bin der Meinung, dass das, was diese Studie aufzeigt, immer noch nur die Spitze des Eisbergs ist. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer von Missbrauchsfällen in Deutschland, in Österreich, eigentlich überall auf der Welt sehr viel höher ist. Also ich kenne einfach auch einige Leute, die mir erzählen, glaubhaft erzählen, dass sie missbraucht worden sind von Klerikern, die nie irgendwo was gemeldet oder gesagt haben. Also das war nicht überraschend. Auf 350 Seiten dokumentiert die Studie, dass die Missbrauchsfälle in der Kirche keine Einzelfälle sind. Ich habe gewusst, dass es Missbrauchsfälle gibt in der Kirche. Aber dass es so arg ist, habe ich mir meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Und ich bin ziemlich deprimiert und beklage es, weil die Kirche, die katholische Kirche, eine Botschaft hat, die wert ist, gehört zu werden. Und jetzt das. Dass die nicht mehr gehört wird, dass die Leute sagen, was, die wollen uns was sagen, die Kinder scheinen da. Das verstehe ich und tut mir in der Seele und im Magen weh. Die Studie deutet auch an, dass die Machtposition der Geistlichen einen Missbrauch begünstigen würde. Auch Clara D. sieht sich als Opfer eines solchen Machtmissbrauchs. Der Kaplan habe ihre Verletzlichkeit ausgenutzt. Dieses Verhältnis zwischen mir und ihm war auf keinen Fall, auf Liebesbeziehung, was die Kirche so sagt, das ist es nicht. Es war ein Missbrauch. Er hat befallen, ich habe es gemacht. Er hat mich geschlagen, ich habe es gemacht. Clara D. hat 20 Jahre lang darum gekämpft, ihre Kinder wiederzusehen. Sie leben heute bei einer Familie in Niederösterreich. In all den Jahren kommt es nur zu zwei Treffen. Derzeit wollen die Kinder laut Clara keinen Kontakt. Kaplan Wladimir H. hat 20 Jahre lang weiter gepredigt. Zuletzt in einem Jugendzentrum in Wien. Erst jetzt nach bekannt werdenden Missbrauchsvorwürfe stellte ihn die Erzdiözese dienstfrei. Clara kämpft weiter um Entschädigung. Ich denke, dass die Kirche da schon früher hätte hinschauen müssen und zu sagen können, können wir da helfen. Damals hat man gedacht, das ist alles geregelt. Die Kinder sind gut untergebracht. Die Mutter hat einen Beruf erlernt. Das wird schon alles gut gehen. Irgendwie scheint sie nie wieder wirklich auf die Füße gekommen zu sein. Nicht nur wegen der Geschichte mit dem Priester damals, sondern wegen ihrer ganzen Biografie. Und ich denke, hier haben wir einfach eine moralische Schuld und der werden wir auch nachkommen. Fälle wie jener von Clara gehören vor ein weltliches Gericht, meinen die Kirchenreformer. Die deutsche Studie zum Ausmaß des Missbrauchs ist ein erster Schritt. Denn viel zu lange hätte die Kirche versucht, solche Fälle intern zu regeln. Das nutzt aber nichts, weil der Skandal zu groß ist. Und die Macht der Kirche über die Medien, über die Hirne der Leute dramatisch abgenommen hat. Das ist vor 50 Jahren, 100 Jahren noch gegangen. Die Macht ist dahin. Auch im Fall von Clara D. untersucht die Opferschutzkommission, ob sie eine Entschädigung bekommt und wie hoch diese sein wird. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Missbrauchs und Körperverletzung gegen den Kaplan, der sie missbraucht haben soll. Mit der Kirche steht Clara heute auf Kriegsfuß. Mit Gott hat sie sich aber nicht überworfen. Ich wollte eine Klosserschwester werden. Ich wollte auch dienen. Ich wollte auch Gott dienen. Ich glaube noch immer an Gott. Obwohl so viele Sachen passiert sind durch die Kirche, glaube ich noch immer an Gott. Weil Jesus ist nicht verantwortlich für das, was sie tun. Frau Neulinger schreibt ein Buch über ihre traumatischen Erfahrungen im katholischen Schwesternheim. Sie hat 15.000 Euro Entschädigung bekommen. Weitere 300 Euro bekommt sie monatlich zur Pension. Ihre Wunden werden aber ein Leben lang bleiben. Ich kann nicht weinen. Das ist da drinnen so ein ganz tiefes, dunkles Gefühl. Und da hat man das Gefühl, das Herz schluchzt. So fühlt sich das an. Und wenn ich das nicht aushalt, dann gehe ich raus. So wie heute in der Sonne. Das hat richtig gut getan. Er ist ein Kaiserenkel ohne Krone, Familienoberhaupt einer Herrscherdynastie ohne Reich und ohne Macht. Karl Habsburg, Enkel des letzten österreichischen Kaisers. Der 57-Jährige würde heute auf dem Thron sitzen. Doch vor 100 Jahren hat die Republik der 640 Jahre währenden Regentschaft der Habsburger ein Ende gemacht. Wie der kaiserliche Spross tickt und was er über das Aus der Monarchie vor 100 Jahren denkt, berichtet Sabina Riedl. Kaiser, Enkel und Familienoberhaupt der einstigen Herrscherdynastie. Karl Habsburg-Lothringen mischt sich unter die Besucher der Schatzkammer. Wir treffen ihn vor den Insignien der Macht, die seine Ahnen inne hatten. Bis vor 100 Jahren, als die junge Republik der Monarchie ein Ende machte. Für ihn ein Feiertag? Ob es ein Tag zum Feiern ist, weiß ich nicht. Ich persönlich feiere ihn in der Form nicht, weil ich zu viel zu tun habe, statt zu feiern. Aber ich meine, es ist zweifelos ein Erinnerungstag, wo man einfach aus der Geschichte lernen soll und aus der Geschichte lernen kann. Am 12. November 1918 bejubeln 150.000 Menschen vor dem Parlament die Republik Deutsch-Österreich. 640 Jahre Herrschaft der Habsburger kommen zu einem jenen Ende. Also ich habe die Monarchie ja nicht miterlebt. Deswegen ist es für mich natürlich so, dass ich das Ganze mit einem großen geschichtlichen Interesse an und ich sehe die Vor- und Nachteile. Und ich sehe sie vielleicht relativ nahe, weil ich natürlich noch viele Menschen gekannt habe, die dort gelebt haben und die mir von dort erzählen konnten. Also ich habe doch viele Zeitzeugen miterlebt. Aber ich bin sicherlich eben nicht ein Vertreter der Erlebnis-Generation, sondern der Erkenntnis-Generation. Seine Kindheit verbringt Karl mit seinen fünf älteren Schwestern und seinem kleinen Bruder im bayerischen Exil, weil sein Vater Otto und sein Großvater Karl I., der letzte Kaiser von Österreich, nicht auf den Thron verzichten wollen. Wie war Ihre Jugend? War es leicht, das Habsburger aufzuwachsen? War das eher Fluch oder war das eher Segel? Es ist natürlich so, ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nie jemand anders war. Ich war immer ein Habsburger, bin als solches erzogen worden. Bin in Bayern groß geworden, weil ich durfte ursprünglich nicht nach Österreich einreisen. Und natürlich hat in Deutschland der Name Habsburg eine geringere Wirkung als er in Österreich hat. Das ist ganz klar. Das war sicherlich eine positive Wirkung für mich, mit Sicherheit. Auch seine Großmutter Zita sieht sich Zeit ihres Lebens als Kaiserin. Von Gottes Gnaden, so das damalige Selbstverständnis der Familie. Ihr Aufnahmen von Vater Ottos 70. Geburtstag. Was der Name Habsburg macht, ist, dass er das Leben vielleicht ein bisschen schwarz-weißer macht. Es gibt ein bisschen weniger Grautöne, weil jeder doch mit Vorurteilen, positiven oder negativen, auf einen zukommt. Und das macht vielleicht die Kontraste etwas stärker. Aber ansonsten kann ich mich zweifellos nicht darüber beklagen. Auch wenn die Familie mittlerweile längst auf alle Ansprüche verzichtet hat, lässt hier der Name Habsburg niemand kalt. Erkannt wird er noch gelegentlich. Und wie ein Museumsstück bestaunt. Von Touristen, wie hier in der Schatzkammer. Ein Schnappschuss vor den Prunkstücken der einstigen Herrscher-Dynastie. Ob es ihn wehmütig macht, dass er doch nicht Kaiser wurde? Die Monarchie nicht wie anderswo mit Pomp und Gloria überlebt hat? Sind Sie auch froh, dass es vorbei ist? Oder schaut man manchmal über den Teich nach England und denkt sich, es wäre schön, da auch noch vom Balkon zu winken? Nein, absolut nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Überzeugung, dass ich natürlich ein viel freieres Leben haben kann. Dass ich viel mehr meine eigenen Entscheidungen fällen kann, als wenn ich in ein starres Hofprotokoll gepresst wäre. Der Beruf eines Monarchen ist kein erstrebenswerter Beruf. Ich habe das häufig gesagt, es tut mir leid, ich bin da schon öfter zitiert worden, wenn ich das so sage. Es ist nicht ein Beruf, den man unbedingt erstrebt, es ist ein Beruf, den einem die Verpflichtung auferlegt, wenn man dort entsprechend hereinwächst. Und dann muss man sie natürlich, so gut es irgendwie möglich ist, dann auch erfüllen, wenn sie auf einen Zug kommt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Sie wissen so gut wie ich, wenn wir heute in einem entsprechenden Hofprotokoll leben würden, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass ich momentan Ihnen im Interview gegenüber sitzen würde. Jammerschade also. Ich würde das auch bedauern, zweifellos. Nachdem die Monarchie bei uns nicht überlebt hat, beschränkt sich das royale Gepränge auf den Pomp Fenebr. Die Beerdigungen der Habsburger, wie das Begräbnis von Zita, 1989 in Wien, geraten zum Massenspektakel. Der Flirt mit dem Tod ist nach den vielen Schicksalsschlägen durchaus ein Markenzeichen der Familie. Es gibt die Farmer, dass Karl Habsburg-Lothringen seiner späteren Ehefrau Francesca in der Kapuzinergruft den Antrag machte. Mit den Worten, möchtest du hier begraben sein? Ob die Anekdote stimmt? Die Geschichte ist richtig. Ich meine, natürlich, ich habe sie damals geführt durch Wien, habe ihr verschiedene Bereiche gezeigt. Und ein Bestandteil war natürlich die Kapuzinergruft. Und ich habe gefunden, dass das eigentlich ein relativ witziger Platz sei, um das auch zur Sprache zu bringen. Das heißt, da ist sie schwach geworden sozusagen. Ich bin nicht sicher, dass die Gruft der richtige Ort dafür ist, aber ich habe halt gefunden, dass es historisch amüsant ist. Achten und Ehren, solange ich lebe. Der Antrag war jedenfalls von Erfolg gekrönt. 1993 geben sich Karl Habsburg und Francesca Thyssen-Bornemisser in Mariazell das Ja-Wort. Und werden Eltern dreier Kinder. Eleonore, Ferdinand und Gloria. Heute sind sie erwachsen. Eleonore modelt und studiert in England. Ferdinand ist Rennfahrer. Die Youngster kriegen geschickte Kurve zwischen Instafame und Alter Patina. Wenn ich heute an meinen Sohn anschaue, der hat mit sieben Jahren ganz genau gewusst, was er machen will. Und hat das ganz konsequent von dort an verfolgt. Und das für mich eine große Bewunderung. Ich habe das zweifellos in der Form nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass mich Politik interessiert, gar keine Frage, und das größere Umfeld davon. Ich habe versucht, mich immer in diesem Bereich irgendwie weiterzubilden und stark zu machen. Und das hat sich dann sehr vielfältig niedergeschlagen. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe einen sehr breiten Interessensbereich gehabt und habe versucht, dem auch entsprechend Rechnung zu tragen. Geschichte wird sein Steckenpferd. Familiär bedingt. Brücken bauen für ein geeintes Europa. Wie hier gemeinsam mit seinen Eltern in Budapest 1990. Später als EVP-Abgeordneter zum EU-Parlament. Davor probiert er vieles aus. Sie ahnen vielleicht schon, was es ist. Ich weiß es nicht. Oh ja, ich kann mir schon vorstellen in etwa. Ah ja, das kann ich. Ich erinnere mich daran. Keine Frage. Selbstverständlich. Kommt das Beste. Präsentiert von Karl Nahrung. Tada. Ja, da habe ich ein paar Kilo weniger gehabt. Es ist so. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Who is Who. Bei uns treten heute wieder vier Kandidaten bei Fragen rund um bekannte Persönlichkeiten an. Und die ersten beiden Kandidaten sind Bettina Zobeck und Martin Prinz. Gab es auch wilde Jugendjahre? Nein, ich habe nicht geraucht. Ich hatte auch keine langen Haare, weil ich die von Anfang an völlig abgelehnt habe. Weil ich immer gefunden habe, dass ich irgend so etwas Militantes an mir habe. Deswegen waren lange Haare völlig undenkbar. Aber natürlich hat man diese Momente, wo man rebelliert, wo man weg will, wo man andere Dinge machen will, die völlig aus dem Rahmen des Normalen herausfallen. Das hat jedes Kind. Und wenn es das nicht zu einem gewissen Zeitpunkt hat, dann stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Können Sie lachen über Scherze, über die Monarchie? Schauen Sie manchmal, wir sind Kaiser. Natürlich. Ich meine, ich gestehe ja auch, dass ich ein paar Mal eingeladen wurde dorthin. Ich habe das immer abgelehnt. Nicht aus Bösartigkeit, sondern nur, weil ich das in Deutschland etwas deplatziert gefunden habe. Wer soll es denn richten? Wer außer uns? Das Parlament? Diese Patzer! Ich schaue es mir natürlich mit großem Amüsement an. Gar keine Frage. Die Vermarktung seiner Ahnen stört ihn nicht. Auch nicht, dass der Tourismus zum Gutteil vom ehemaligen Glanz des Hauses Habsburg lebt. Beim Kitsch hört sich jedoch der Spaß auf. Und? Bei diesen drei kleinen Buchstaben. V.O.N. Bei uns verboten. Schlachten gibt es für den Habsburger keine mehr zu schlagen. Dafür hat er sich auf ein behördliches Scharmützler eingelassen. Sehenden Auges. Wie er uns versichert. Mein Vater war international als Otto von Habsburg bekannt. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich irgendwie meine Namen ändern soll, um irgendwelchen für mich relativ absurden Bestimmungen Rechnung tragen soll. Also, ich bin international als Karl von Habsburg bekannt. Dass es leider in Österreich mit gewissen Problemen behaftet ist, nehme ich mich mit einem Schmunzel zur Kenntnis, werde auch gern die Konsequenzen tragen, wenn sie kommen sollten. Wenn ich Strafe zahlen muss, werde ich Strafe zahlen. Das ändert nichts daran, dass ich international unter Karl von Habsburg auftrete. Weil es halt mein Familienname ist. Wie hoch ist denn die Strafe, die droht? Also die Strafe war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren es, glaube ich, 80 Euro. Wovon aber 10 Euro Verwaltungsabgaben sind. Und ich glaube, die Strafe an sich war 70 Euro. Aber ungefähr in der Größenordnung bewegt sich das Ganze. Die Republik schlägt zurück. Deswegen im Grunde genommen, ich bin ja anonym angezeigt worden. Ich bin dem anonymen Anzeiger sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Wenn mir das die Möglichkeit gibt, das Ganze eben auch wieder einmal am gerichtlichen Wege entsprechend zu bestreiten. Die Ahnenriege Karls strotzt nur so vor großen Feldherren. Sogar ein Weltkrieg geht auf deren Konto. Wie bilanziert der Kaiser Enkel das Wirken seiner Vorfahren? Ich glaube, den Habsburgern ist sehr viel geglückt. Ich kann auf meine Familiengeschichte zweifellos entsprechend stolz sein. Das ist gar keine Frage. Wie immer, wenn Menschen damit zu tun haben, gibt es positive und negative Seiten. Also ich bin auch absolut nicht dafür da, dass man jetzt alles in einer rosanen Farbe anmalt. Das hat auch gar keinen Sinn. Die Vergangenheit ist da, um Erkenntnisse zu haben. Aber in der Zukunft wollen wir das Ganze umsetzen. Deswegen schaue ich, was hat funktioniert, was kann ich in der Zukunft umsetzen. Und zum Beispiel das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Religionen, von verschiedenen Sprachen, das ist etwas, von dem wir uns heute zweifellos noch ein Stück abschneiden können. Das war Thema. Im Namen des Teams sage ich danke fürs Zusehen. Bis nächsten Montag. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.